Brahma Sanat, die Stellung von Brahma, ist eine fortgeschrittene Zwei-Hände-Stellung. Ausgangsposition ist die sitzende Haltung. Von hier nimm einen Fuß und gib ihn hinter den Kopf. Natürlich den Unterschenkel hinter die Schulter. Nimm das andere Bein und gib den Unterschenkel hinter die Schulter. Verhake die Fußrücken und Zehen miteinander. Gib die Hände auf den Boden und hebe das Becken hoch. Dabei kannst du an die Nasenspitze schauen oder die Augen schließen und tief ein- und ausatmen. Diese Stellung wird auch als fliegende Schildkröte bezeichnen. Sie ist das gleiche wie Panindrasana und Nagapanasana. Das ist also Brahma Sanat, die Stellung von Brahma. Es gibt eine zweite Stellung, die Brahma Sanat bezeichnet wird. Diese findet man in einer anderen Hatha-Yoga-Schrift beschrieben. Die geht wie folgt. Du kommst zunächst zu einer kreuzbeinigen Stellung, zum Beispiel zum Lotus-Sitz. Und dann bringst du beide Hände auf ein Knie, zum Beispiel beide Hände auf das linke Knie und du schaust dabei nach links. Und drehst dich leicht und atmest tief ein und aus. Auch diese Stellung wird manchmal als Brahma-Stellung bezeichnet. Brahma ist ja der Schöpfer. Und der Schöpfer muss manchmal unkonventionell vorgehen, die Füße in den Kopf geben und manchmal muss er auch mal nach links schauen oder nach rechts schauen. Und dann rauf ist ja der Schöpfer. Und dann rauf ist ja der Schöpfer. Und dann rauf wird manchmal ein ArEP-Spec Woah借 immer Vielen Dank.